Ok, wie gut ich das helfen kann. Heyho, Leute! Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar jetzt sehe ich mich mit meiner MacBook-Kamera. Liebe Leute, ich habe die Canon G-Z Mix bekommen. So, die packen wir jetzt schon zusammen aus. Da war nur ein Ausschaustück da, aber das ist nicht von ganz zusammen. Das war nur einmal ausgepackt. Und deswegen ist es 20 Euro billiger. Das war nur da. Also, ja, habe ich einfach mal das genommen. Also funktioniert alles. Das hat er angeschaltet und so. Okay, dann packen wir schon mal aus. So, das hier auf. Okay, da sind schon mal Anleitungen drin. Auf jeden Fall lesbar sind. Auf jeden Fall lesbar. Also nächstes Jahr wäre ich was. So, jetzt haben wir hier... Das ist mal nicht. Dann hier nochmal so ein kleines Stecker. Und Werkstation. Hier lade ich den Akku nochmal vor. Und hier ist nochmal der Akku drin. Da. Hier drin. Und hier nochmal die Handschlaufe. Eine Handschlaufe, falls ich noch nicht tun will oder so. So, jetzt kommen wir auch schon zu dem Schmuckstück. Oh, okay. Okay, äh. Ich will hier nichts. Ich will hier nicht bestätigen. Oh mein Gott, wie geil. Halt, das ist so halb. Die sind so halb gerade. Kann man so kloppen. Okay, ich packe jetzt nochmal eine SD-Karte an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine liebe Leute. Ich hab die SD jetzt reingezahlt. Jetzt machen wir das mal an. Oh, wie geil. Warte mal, ich fotografiere mal ganz kurz mein Handy. Gucken, wie gut ich das helfen kann. Oh mein Gott, guck mal, wie geil ein Foto das ist, Leute. Wollen wir das nicht wieder? Wir machen das nicht wieder, oder? Alles klar. So, mein lieben Leute. Das ist auch schon die Kamera. So, erstmal ein bisschen fokussieren. Und, äh, die bedarf nur mega geile Qualität. Guck mal, wie geil ich jetzt gerade im Fokus bin. Ähm, also ich kaufe mir dabei auf jeden Fall noch einen Gorillapod. Ähm, gleich. Und, ja, dann soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe euch, ich, ihr, ihr habt jetzt eine gute Videofilität bei Aufnahmen, liebe Leute. Und dann sag ich auch schon, bis zum nächsten Video. Habt euch lieb. Ciao, ciao. Oh, yeah.